Grüßt euch Leute, freut mich, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt und heute beschäftigen wir uns mal mit dem Thema, was denn wirklich passieren muss, damit wir bei Steppen endlich wieder steigende Preise sehen werden. Sowohl beim GST und GMT Token, den Ingame-Spiele-Währungen, als auch bei den Sneaker-Floor-Preisen. Denn Leute, wie wir alle schon im Marketplace gesehen haben, die Sneaker-Floor-Preise sind um bis zu 80% im Solana-Wert gefallen und wenn du das sogar noch auf den Dollar-Wert beziehst, haben wir schon einen über minus 90% Crash bei den Sneakern gesehen. Genau diese Frage möchte ich heute mit euch diskutieren, was getan werden muss. Gerne kannst du einfach kommentieren, welche Meinung, welche Eindrücke du von dem Spiel hast und wenn du es noch nicht gemacht hast, gerne einen Daumen nach oben, ich freue mich natürlich immer. Damit zeigt ihr mir, dass wir den richtigen Content zur richtigen Zeit bringen und euch das auch weiterhilft. Wir werden uns, damit wir über diese Fragen ein bisschen fachsimpeln können, die On-Chain-Daten ansehen, das, was bisher passiert ist und wie der Spieleverlauf und der Token- und Floor-Preis-Verlauf vielleicht weitergehen könnte. Einfach mal in die Richtung weiterdenken, wie es bisher passiert ist. Wie ihr alle wisst, haben wir ja bei den Floor-Preisen ein unglaubliches Hoch von fast 19 Solana für einen normalen Common Sneaker gesehen. Bei Solana-Preisen von, glaube ich, 80 Dollar. Sprich, wir waren fast auf 1800 bis 2000 Dollar Floor-Preisen. Und wie ihr aktuell im Marketplace sehen könnt, sind die Floor-Preise gerade unter 4 Solana. Die Preise sind nicht nur eben bei den Schuhen so gecrashed, sondern auch der GST ist vom All-Time-High über 90% entfernt und der GMT, der ist auch um die 75% vom All-Time-High weg. Also doch ziemliche Abverkäufe. Und für alle, die es noch nicht gesehen haben, ich habe mit meiner Strategie einen 30-Tage-Return-on-Invest hinbekommen. Sprich, das war absolut möglich, dass du in kurzer Zeit ein gesamtes Investment rausziehst. Meine Strategie könnt ihr in dem Video hier oben ansehen. In kurz gefasst, habe ich es einfach so gemacht, dass ich seit meinem Einstieg, als der GST auch noch bei über 4 Dollar war, jeden Tag meine Renditen ausgecashed habe. Und das habe ich dann bis zum Preis von knapp unter 2 Dollar eigentlich noch gemacht. Und somit konnte ich einen durchschnittlichen Verkaufspreis von 4 Dollar pro GST erreichen. Und natürlich, ich habe meine Schuhe nicht so hoch gelevelt am Anfang. Mein Plan war, so schnell wie möglich einen Teil meines Invests rauszuholen. Das ist mir auch gelungen und zum Glück habe ich das so gemacht, weil die Sneakerpreise alle so krass in den Boden gerauscht sind. Sonst hätte man hier wirklich einen minus 80% Move gemacht. Und das zu vermeiden war mein oberstes Ziel. Das haben wir auch so erreicht. Allerdings sitzen wir jetzt alle hier mit unseren Sneakern. Haben die jetzt entweder hoch gelevelt, viel zu teuer oder haben zum Glück Profite genommen. Ich persönlich habe eine Sache gemacht, die ich unbedingt machen wollte. Und nicht nur ich habe es so gemacht, sondern 43% aller Leute haben bei dieser unglaublichen Crashzeit abgestimmt. Ich habe den Dip gekauft im Steppenuniversum. Wenige haben verkauft. Viele haben dann überlegt zu starten, weil die Preise günstiger wurden. Und das waren eigentlich schon mal ziemlich coole Zeichen, weil die niedrigen Preise sind wirklich als günstig aufgenommen worden. Von den bisherigen nur Beobachtern oder Spielern schon. Und ich persönlich habe es auch gemacht. Ich habe den Dip gekauft. Was habe ich mir dazu gekauft? Einen Uncommon Runner. Den habe ich mir geholt für 16 Solana. Die Werte mit Level 9 sind ganz in Ordnung. Die Earnings sind auch okay mit, glaube ich, so 20 Dollar am Tag. Weil ich natürlich insgesamt jetzt 5 Energie habe. Und das bringt ein bisschen was. Natürlich, diese 16 Solana sind mit 600 Dollar eigentlich weit günstiger als meine anderen Schuhe. Ich habe nämlich zum Start einen Common Schuh, einen Common Jogger für 14,5 Solana gekauft. Damals noch mit 0 Mint. Ich habe dann 2 Mint selber gemacht. Damals war der Mintpreis der akkumulierten Tokenpreise bei 800 Dollar. Und aktuell sind wir so beim Mintpreis von 120 Dollar. Also auch auf diese Schuhe ein massives Minus gemacht. Man muss allerdings damit sagen, ich habe zu Beginn nur mit diesen 3 Sneakern mit Level 9 Common Schuhe zwischen 60 Dollar am Tag ausgecashed. Bis zu Peak Zeit mit 120 Dollar am Tag. Also es hat sich doch ausgezahlt. Man konnte hier wirklich schnell den Return on Invest angehen und auch erreichen. Und jetzt, wo die Sachen günstiger sind, ist mein Ziel, günstig zu leveln, günstig irgendwie meine Schuhe wertvoller zu machen. Und dann natürlich auch noch ein bisschen Rendite auch reinzunehmen. Mein Ziel ist es auf jeden Fall, bei eventuell mal steigenden Preisen schon richtig gute Schuhe ready zu haben. Damit man die Situation aber jetzt gut einschätzen kann, müssen wir uns die Frage stellen, Was führt denn aktuell zu den sinkenden Preisen und Kursen bei den Tokens und bei den Schuhen? Leute, wir haben ein riesen Problem in diesem gesamten Netzwerk und das riesen Problem. Und dieses Problem möchte ich auch direkt beim Namen nennen. Es ist nämlich der unlimitierte Supply von GST. Die haben keinen Max Supply, die sind unendlich inflationär. Der Green Satoshi Token hat keine maximale Hardcap. Das ist wie der Euro, das ist wie der Dollar, der kann gedruckt werden bis zum Umfallen. In dem Fall von keiner Zentrale, sondern von den Spielern selber. Und damit wird ein unglaublich hohes Angebot und sogar ein Überangebot auf den Markt geschwemmt. Und Leute cashen den aus. Die verkaufen den stärker, als er gekauft wird. Und das Problem dabei ist dann natürlich, dass die Preise sinken. Die Leute wollen den irgendwie jetzt verkaufen zum Preis von 53 Cent, so wie ich das auch in dieser Region 4 bis 2 Dollar gemacht habe. Ist natürlich auch voll sinnhaft, weil du hast da einen riesen Batzen Geld reingesteckt. Viele Leute haben das Risiko einfach von Anfang an nicht gesehen und sind jetzt ein bisschen in Panik und verkaufen halt ihre Tokens. Ich persönlich, ich bin mit dem Verkaufen ehrlich gesagt durch. Ich gehe jetzt ins Leveln rein und nehme vielleicht jeden zweiten oder dritten Tag die paar Euros raus, die halt noch über sind. Mit den unlimitierten GST alleine ist das Problem noch nicht zu 100% ausgeforscht. Das Ding ist nämlich eines. Wir haben einfach die Möglichkeit zu minten. Aktuell sind die Minting Kosten bei 200 GST, sprich 120 Dollar. Wenn ich mir dann die Floorpreise ansehe, die circa auch um den Dreh herum sind, dann mache ich mit einem Mint aktuell quasi einen Break-Even, habe aber die Chance auf zwei Sneaker zu minten oder sogar einen ankommen und habe dann mein Investment natürlich gleich verdreift, vier, verfünffacht. Und dieses Problem, dass das Minting einfach günstig ist und viele Schuhe auf den Markt geschmissen werden, das hat genauso diese Funktion wie beim GST. Wir haben ein unlimitiertes Angebot von diesen Schuhen und das Problem dabei ist natürlich wieder, es kommt zu einem Überangebot. Die Floorpreise sinken, weil die Schuhe ja irgendwer an den Mann gehen müssen und das geht am besten, wenn sie den günstigsten Preis haben. Auch auf der Binance Smart Chain werden fleißig jeden Tag immer mehr Sneaker gemintet. Und letzten Monat hatten wir 350.000 neue Schuhe durchs Minting. Und wenn du das dann mit dem Chart vergleichst, mit den neuen Spielern, die ins System kommen, ui, dann haben wir wirklich hier das Problem, es kommen wenige Leute nach, es werden Sneaker gemintet bis zum Umfallen. Auch diesen Monat hat schon mal mit 50.000 Sneakern in den ersten acht Tagen richtig heftig angefangen. Vielleicht nicht so hoch wie in dem Mai, aber trotzdem immer noch erschreckend hoch. Aber eben wenn man sich diese Verteilung ansieht, es kommen weniger neue, das sind ja die blauen Balken, es werden weniger neue Spieler hinzukommen. Die existierenden User werden auch schon inaktiver und jetzt haben wir ein Problem. Ein höheres Angebot an GST, ein höheres Angebot an Schuhen und noch dazu weniger neue Spieler, die Geld ins System bringen und weniger aktive existierende Spieler. Das ist jetzt aktuell mit dem dritten Problem so die Hauptthematik im Step & Game. Noch dazu als Überfaktor über alles ist der Bitcoin und Kryptomarkt generell, weil wenn der Bitcoin nicht anzieht und in einen Bärenmarkt geht, haben solche Projekte natürlich hundertmal schwerer irgendwie in den Profit zu fahren. Jetzt ist mein Resümee eigentlich folgendes. Wir haben eine viel zu hohe Inflation, wir haben viel zu wenige neue Spieler. Es wird aktuell mehr Geld ausgezahlt als eingezahlt und dadurch, dass der GST im Wert sinkt und es somit dollarmäßig günstiger wird zum Minden, haben wir wieder das Problem, dass viel gemintet wird, damit Leute mit dem Minden sogar Profit machen. Hier nochmal der Solana Floor Price auf Magic Eden. Er sinkt, weil das Minting natürlich günstiger wird. Die täglichen Minting Kosten im Dollarbereich sinken, weil es jeden Tag günstiger wird. Und diese Abwärtsspirale, die ist schon losgetreten und irgendwie muss sie aufgehalten werden, damit Move to Earn auch das Earning irgendwie beibehält und du nicht einfach Move to Loss irgendwie reinbekommst, weil du nur Geld verlierst mit deinen Sneakern. Und meine Lösung, die ich mir wirklich mit 100.000 Gedankengängen ausgesucht habe, mit vielen aus der Community gefachsimpelt habe, wir haben sogar eine eigene Telegram-Gruppe, wo wir nur über Steppen und Co. diskutieren, quatschen und schreiben. Da könnt ihr natürlich auch rein. Der Link zum Beitreten ist in der Videobeschreibung und im ersten Kommentar unten verlinkt. Meine Überlegung ist jetzt folgendes. Der GST, der Ingame-Token, der muss gegen 0 gehen. Die 0 wird er wahrscheinlich nie erreichen, aber 0,000, 1 Dollar vielleicht und und und. Das soll jetzt kein Hate sein, das soll jetzt kein Problem irgendwie darstellen und ich bin nicht gegen Steppen und GST. Das müsst ihr bitte verstehen. Allerdings sehe ich keinen Ausweg, weil eine unglaublich inflationäre Währung, die dann noch dazu unglaublich inflationäre Schuhpreise und 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 bringt. Das ist einfach so nicht möglich. Wir haben keine maximale Hardcap. Mit jedem neuen Spieler werden auch langfristig gesehen noch mehr Token ins System gespült. Der GMT allerdings, der ist limitiert. Den GMT, den gibt es nur mit einer maximalen Hardcap von 6 Milliarden Token. Das ist zwar natürlich auch noch massiv viel, allerdings wenn man diesen burnt, ist er weg. Und wenn die Leute dann sagen, okay, ich brauche den GMT fürs Aufleveln, um meine Punkte neu zu verteilen und und und. Die Funktionen für GMT, die werden demnächst integriert. Nachlesen könnt ihr sie bereits im White Paper. Dann wird der GMT mehr gebraucht und wenn er schon limitiert ist, dann muss der GMT in den Fokus des Earnings reinkommen. Das wird dann mit dem Faktor Komfort bei unseren Schuhen durchgehen können. Und Komfort ist das Rote hier. Darauf hat man natürlich bisher fast gar nicht geachtet, aber der wird dann wichtig sein für das Earning in GMT. Einen deflationären Coin zu earnen, macht dann natürlich schon viel mehr Sinn und könnte das einzige sein, womit Move to Earn in diesem Ökosystem von Steppen hier noch weitergehen kann. Und gerade jetzt und heute sind die Announcements für ein wichtiges Update rausgekommen, was genau dieses inflationäre Problem löst. Es wird jetzt nämlich ein Update besonders wichtig, die Minting Scrolls und das Shoe Burning. Der Shoe Burn ist extrem wichtig, um die Floorpreise attraktiv zu machen, zu kaufen und zu burnen. Denn es wird jetzt folgendes eingeführt. Fünf Paare eines normalen oder eines gleichwertigen Schuhs, sprich ganz viele Commons, fünf Commons Schuhe, kannst du nehmen, um den nächsthöheren Schuh zu minten, zu kreieren. Und das ist extrem cool. Die Floorpreise, die günstigsten Schuhe werden genommen und das bildet dann den Basispreis der nächsthöheren Stufe. Also wenn jetzt der Floorpreis bei vier Solana ist, werden fünfmal diese Preise genommen und dann hast du den neuen Floorpreis bei 20 Solana von einem Ankommenssneaker zum Beispiel. Also richtig cool. Eine Form, die GST, die im Spiel geblieben sind und quasi auch geburnt wurden, durch die geminterten Schuhe dann nochmal wegzuwipen. Und so wird es auch in Zukunft möglich sein, dass du als normaler Spieler diese einst extrem teuren Sneaker vielleicht doch irgendwie in deine Schuhsammlung mit reinbekommst. Du wirst dann halt fünf Commons haben, du wirst dann aus fünf Commons einen Ankommen machen, du wirst aus fünf Ankommen einen Rare machen und bis zum Legendary hoch irgendwie was bekommen. Das finde ich extrem cool. Diese Möglichkeit gab es vorher nicht. Die Schuhe waren einfach unendlich teuer und so ist wirklich auch Schritt gegen diese stark fallenden Schuhpreise getan und es wird möglich, bessere Schuhe zu kaufen. Heißt natürlich auch, dass die jetzt extrem teuren Schuhe leichter erreichbarer werden und öfter irgendwie jetzt entstehen. Natürlich sind dann auch die Leute, die minden, wieder aktiver. Ist auch zwar blöd, aber das sorgt dafür, dass insgesamt die Schuhqualität im Network steigt und ja, das ist schon mal eigentlich eine coole Sache. Die Entwickler haben einfach viel Macht in dem Spiel und die können auch solche Preise oder solche inflationären Strukturen, die sich bilden, einfach mal ausmerzen und richtig cool neu gestalten. Also es zahlt sich aus, hier aktiv wirklich in der Gruppe zu sein. Wir haben das gerade erfahren und dann ist auf einmal der Kurs gepumpt. Ich konnte jetzt noch einen guten Sneaker kaufen und der Floor-Price ist in 10 Minuten gleich nur 20% gepumpt. Also richtig, richtig wild. So was ist natürlich cool, wenn die Entwickler am Spiel dranbleiben und das zeigt mir einfach, dass das Ding langfristig leben kann. Die Spieler müssen angeregt werden, im System zu bleiben, im System ihre GST wieder zu verwenden, zu verbrennen. Und ich denke, wenn der GST schon fast auf Null geht und vielleicht ist jetzt auch noch der 50-Cent-Preis ein guter Preis zum GST verkaufen. In der Vergangenheit war es immer gut, GST zu verkaufen. Darum habe ich das auch gemacht. Und ich glaube, wir werden auch wirklich richtig niedrige Preise sehen. Das führt dann allerdings wirklich mal dazu, dass viele Spieler zu dem Punkt kommen, hey, ich brauche meine GST nicht auszahlen. Ich verdiene am Tag 2, 3 Dollar damit, mit einem, keine Ahnung wie teuren Schuh oder auch schon mit einem sehr günstigen Schuh, verdient man fast nicht. Das bringt zumindest dann den Faktor, dass die Leute wirklich sagen, hey, okay, ich nehme meine GST und lasse im Spiel, ich burne meine Earnings für Upgrades, für Gems, fürs Minden, für was auch immer, weil ich denke, das ist auch der Sinn dieses Tokens. Der muss nicht unbedingt viel Geld bringen, der muss im Spiel drinbleiben und reinvestiert werden und gebürnt werden. Das ist mal ein wichtiger Faktor. Wenn ihr in Zukunft sehen wollt, wie ich meine Sneakers auflevel und wie ich dann meine Strategie fortführe, um die meisten Profite im Spielverlauf zu erwirtschaften, dann könnt ihr mir gerne natürlich folgen. Abonniert den Kanal und lasst auf jeden Fall einen Kommentar da, ob ich darüber Videos machen sollte. Ich feiere nämlich Stepmen, ich möchte unglaublich gerne gute Schuhe haben in Zukunft. Und wenn ihr dann natürlich dabei sein wollt, schreibt mir einfach, ob ihr das sehen wollt. Mein Ziel ist auf jeden Fall folgendes, mit meinem Runner jetzt aktuell so viele GST am Tag zu erfahren, wie möglich ist, dann das Ganze in Level reinzupacken und mir einen Schuh mit den richtigen Sockets zu kaufen. Das kommt natürlich mal in einem anderen Video, wenn ihr einen sehen wollt, weil mit den Sockets habt ihr so viel mehr Vorteile als nur die Base-Werte eurer Schuhe. Da bin ich erst nach meinem Gespräch mit Hugo draufgekommen. Wer es noch nicht gesehen hat, wir haben den ultimativen Step-and-Talk über das ganze Ökosystem gehalten. Ein richtig cooles Gespräch gewesen. Schaut auf jeden Fall bei dem Video vorbei und auch beim Kanal von Hugo, der Kryptosphäre-Kanal. Richtig cool und mega detailreich, wenn es ums Thema Steppen geht. Sobald dann das GMT-Earning am Start ist und genutzt werden kann, werde ich natürlich aufs GMT-Earning dann aus sein, werde mir was mit Komfort holen von den Schuhwerten her und schaue mir das ganze Ding dann an. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Steppen ist in der Beta-Phase, es kann noch richtig viel passieren. Ich denke, das war wirklich erst der Anfang und werde meinen Schuh dementsprechend bei den günstigen Preisen einfach durchs Laufen für meine Gesundheit hochleveln und ein bisschen in den Earnings pushen. Meiner Meinung nach ist es wirklich so, dass wir vielleicht in 10, in 15 Jahren zurücksehen in die ganzen Anfänge von Move-to-Earn, Play-to-Earn und dann solche NFTs vielleicht richtig krass wertvoll sind, wenn sie einen niedrigen Mint-Status haben, wenn sie ein altes Mint-Datum haben, wenn sie teure Gems drauf haben. Und wenn du jetzt zurückdenkst, was ein alter Mac, Apple-Computer, was ein altes Super Mario-Spiel, was irgendwelche alten Retro-Sachen, wenn es nur eine Pokémon-Karte ist, die 100.000 Euro wert ist. Diese Anfänge von bestimmten Branchen und Bereichen, vor allem im Tech-Space mit Eigentumsnachweis auf deinem eigenen Wallet, ein NFT zu earnen und, und, und. Für vielleicht eine App, die unglaublich bekannt werden kann, wie Steppen, die einfach bisher alles richtig gemacht haben. Steppen kennt man, Steppen war ein Riesen-Hype, Weekends werden immer ausgeschüttet und ja, wenn es einem nicht mehr interessiert, das Spiel, kann man einfach noch die Schuhe holen und fertig. Ich persönlich gehe einfach davon aus, dass das vielleicht, vielleicht irgendwann mal eine echte Goldgrube wird. Ob es mit den Earnings jetzt hoch oder runter geht, ist mir mal primär egal. Ich habe die NFTs als Investment gekauft und sollten die wirklich einmal an Wert zuwachs erfahren, weil es einfach ein krasses Retro-Game ist, krass groß wird und irgendwie diese alten Schuhe richtig wertvoll werden. Dann hat man damit zumindest ein gutes NFT-Investment. Das ist so meine Meinung, das sind so meine Aussichtspunkte für die Zukunft. Ich denke, der GST wird nicht lange so hohe Kurse haben und vielleicht wird der GMT dann in den Fokus des Earnings kommen. Wäre meine Devise. Alles andere macht für mich weniger Sinn, aber gerne kannst du in den Kommentaren schreiben, wie du das Ganze siehst. Ponzi, ja, nein, neue Mitglieder zahlen den alten aus. Ist schon so, aber ich denke, das wird sich auch irgendwann mal umverteilen. Damit möchte ich euch schon wieder in Ruhe lassen. Mich hat es auf jeden Fall gefreut, wenn du bis zum Ende drangeblieben bist, wenn du deinen Kanal abonnierst. Wir sehen und hören uns dann definitiv in einem der neuen Videos. Happy Games mit Bitcoin, Steppen, GMT, GST und was auch immer in deinem Portfolio. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao.